das klar da hat jeder einer Diasse von uns so gut weil wer auf der Höhe ja ja okay aber Gold sich immer noch gerne na ja ist schon klar aber noch lieber magst du ein Diasse oder ich? na ja im Moment nicht tja doch scheiße schulden scheiße schon wieder Dias, ey oh Mann Gold danke für die Lupe ich will nicht mehr Ho 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 Hau Ja ich werd doch nur durchgolde-ponhe und dann sofort weg Na nicht Innen invece Na nicht Würde ihn vermutlich nix so 2000 nice Und wirklich besagt mir viele ja zweite verfolgen nicht an meiner Redstone ich habe nur die eine Alter, ich warte dich hin jetzt rutschst du an meiner Fackel hin machst du das kaputt mach ich dich kaputt hin alles klar ich mach dich kaputt nicht hm 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 du musst den ganzen Sklaven herfinken um die zu schocken da brauche ich keine Sklaven sooo ok achso ich wollte ja noch ein paar dann brauche ich nur ein paar trinken dann bin ich schon tot ich wollte ja noch ein paar randelfäder und nur ein paar trinken dann müssen wir noch warten bis du aus dem Messer rauskommst dann weg bist du hm hm nein meine Spitzhacke ist gleich im Arsch nein ja nein ja das ist gut ok 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 ja aber morgens sinna und steigern wir haben uns ein in einer Stunde Prozent übermorgen um es noch für eine andere Stichwort es ist einiges und aufstehen so und wenn sie einen Weg über mir Schönen müssen Sonnenehrer so auch in der Mitte Köln nicht zu ihm zu bauen sieben siehnen Na, das könnte er gerade so reinziehen, ne? Was bist du, mein Slimy? Was könnte er denn? Ich bin ganz in deiner Nähe, aber ich kann nicht zu dir durchdringen. Es tut mir leid, ich habe Versag. Let's hold me, roll again! Okay. Wie heißt das Zeug? Was? Was du gerade genommen hast. Ich habe keine Ahnung, wo man sich in den Unsicherheitskampf kommt. Habe ich nicht. What the fuck? Ich bin in meinem Haus, warum? Wo bist du? Wieso, wo bist du denn? Wieso, wo bist du denn? Dein Name nicht. Loll, ich habe ein Ändermein in meinem Haus. Nee, doch nicht. Loll, ich hatte ein Ändermein in meinem Haus. Jetzt hat er sie wieder rausgeportet. Deinen Block hier ausgenommen. Ne mein Bett. Hahahaha. 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 Danach wo ist das gröss? Ah ja, das ist ein Mittlerer. Jetzt haben wir hier viel kleiner. Oh! Und wie war? Habe ich gehört, ja? Hei mich erschrocken, ey. Da ist doch eine Luftischung, wo ist eine Luftischung? Wo es nicht mehr Luftischung? Da sag ich dir lieber nicht. hast du glatten Sandstein mal keine Ahnung den Sandstein den du für dein Haus benutzt hast wo ist was kaputt gegangen? nicht an deinem Haus ohhh nein hier ist glatter Sandstein das war normalerweise nicht ein Kostner Glas ja hier ist noch Glas sie sind 13 Scheiben nimm die danke ah nee ja das sind so alle doch gern brauchen ja dann nicht nein ja aber ich kann die Dinger nicht abbauen hast du nicht bezahlt wollen mal bitte die beiden Dinger hier ja geh mal weg ja ja naja das sind doch eh deine Kriege eh ich brauch die aber jetzt nicht ich möchte in Nessar und möchte Nessarsteiner bauen achten lieber drauf dass hier nichts kaputt ist fang mir das so vorteilig aus da kommt ja schon wieder einer Tupac Tupac gut 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 um das wird sich immer so nach Gaston wir haben ein bisschen so aus wie wieder ganz ich hab sogar einen Tunnel gemacht ist nicht direkt ins Haus kaputt geht auch dahinten ist der Gast Alter wird sich über Vollscheißer aus dem Wissen ich weiß es und von mir kann man nicht ich habe die Kugel es gibt eine Nummer so auch also ein Gast in der Anweser aber nicht zu kommen mein Haus was gesagt hast du sein dann steigen um wir schon das den Hals umdrehen oder wofür ich denn ja was denn das ist ja noch zu erinnern im Konzert das hier ist nicht und ist ja aus der Welt und um um und wenn er mit laur kann ich nicht gucken kommen wenn es ist das man ist der gleiche Lava ist mir egal das ist das beteilte ich bin gerade in der Sankt in der Bühne Prozent die Sitzung immer mal die Sitzung und die Bündung und sagte bitte bitte was heißt nicht mit dem Norden dritten so ist es für Spaß macht um das heißt ich bin zuerst hierher kommen hier